Jeder sagt ein Wort, ok? Ich fang an mit Yo Leute. Nein, 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 nein. Ich fang an und Michi sagt einfach, was gehts? Ok. Wir müssen immer so hinterlaufen. Ich sag so, Yo Leute, dann der Dommyshaut hinter zum Lehrer. Und ich sag so, was gehts? Ja, nee, das ist geil. Ok, ich fang an. Also zum Dommys. Warte, ich muss aber näher kommen, wir müssen alle näher kommen. Zum Dommys geh ich dann, gell? Ok. 3, 2, 1. Yo Leute, was gehts? Ich bin wieder hier am Start. 3, 2, 1. Warte, du musst mich hier erstmal sagen, was du sagst. Und willkommen. Genau. Yo Leute, was gehts? Und willkommen. Und dann sag ich auf dem Bublation-Kanal. Ok? Was sag ich? Ich hab's gehört. Oh mein Gott, Leute. What a dude. Ich bin nicht so einig. Wuhuhuhuhu. Ok, jetzt muss man es halt schon noch starten. Ok. Ok, aber dann fahr nicht so schnell, Robin. Ja, was fragt ihr mich jetzt? Ja, äh, unwillkommen. Und wer? Ok. Ok, ok, ok. Ja, langsam, Robin. Weil dann umso näher du bist. Also. Ok, jetzt klar. Yo Leute, was gehts? Herzlich willkommen auf dem Bublation-Kanal. Ok, jetzt kommt's da mit deine Musik wieder. Brrm, brrm, brrm. Bitte? Wo bleiben eigentlich die Videos, die wir aufgenommen haben? Ja, du, ey. Es ist alles in Produktion. Haha. Dein Cutter macht dich gerade fertig, oder? Haha, leer. Komm, da unten ein Schleifer. Komm mal langsam her. Genau. Ich muss nur langsam her, dass ich platt habe. Was, du schleifst jetzt mit der... Ja, da kannst du eigentlich in der Kurve. Boah, Alter, wie geil. Boah, aber so ein Dreck. Boah, aber so ein Dreck. Brodie. Haha. Alter, das funkt ja richtig. Ich hab Offroad-Kreisens, Digga. Haha. Das funkt ja richtig krank. Also links, du möchtest dem Graffiti, gell? Oh, rechts wär noch ne geile Gerade zum Wheelie machen. Ja, und dann links, und dann rechts. Und dann links. Ja, genau. Ich kann aber keine Wheelies. Ja, dann Lernschwäche. Und zwar geschwind. Michi, du zeigst, wie wir zu Wheelies gehen. Ja, ich hab richtig drauf mit Wheelies. Ach, mit dem Quickshifter, ja? Stimmt. Klar. Haha. Das ist ja zu geil. Pfeiler, Mann, angehen vorbei mit dem Quickshifter jetzt. Ja, Alter. Auf der Gerad. Auf der Gerad. Boah, geil. Boah, geil. Yo, Leute. Geil, wie geil ist das denn? Boah. Bei 120 wieder runter. Boah. Oh, Mann. Junge, wie's gestaubt, dann. Ja, ja, ja. Das hab ich vorher auch schon. Boah, und ich riecht's wieder. Das staubt bei ihm immer übel. Ja, weil der Leon mit seinem Rohr, der reißt bei 250 runterkommt, dann... Kann man nichts machen, ne? Oh, da ist ein Reh im Tunnel. Da ist ein Reh im Tunnel. Ich muss es erschießen. Oh, hab's getroffen. Oh, yeah. Oh, mach mal an die Brause, eh. Oh, scheiße, Jungs, ich muss nachher auch noch scheiße biere. Oh. Aber zum Glück hab ich den neuen Deutzkauf mit dem Vakuumladefass, da kann ich jetzt extra viel ausdurfen. Wir sind Bauer, wir sind krass, wir saufen aus dem Lachefass. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh. Schmech. Ja, also irgendein Thema müssen wir dir jetzt schon auffassen, ne? Ey, sein Will. Priss. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Ha, scheiße. Alter, die Hose geschüssen kurz. Alter. Ich hätte so oft Kamera gehabt. Ja, Lenk. Hast du's draußen? Achso, der Leon ist draußen. Drück einmal drauf. Ah, jetzt hör ich dich. Achso, okay. Achso. Ja, bestimmt war die Entfernung zweit, die 10 Meter, das geht nicht. Der hat uns so verarscht. DB-Punk passt mehr benutzen, oder? Ja. Ey, normal sollten wir eh so mit... Wir können auch einfach voll beschleunen. Tommy, dein DB-Killer ist rausgeflogen. Ja, Maul. Wow, wow. Ja, geh mal weiter rüber. Da kommt einer, ich bin nicht so einer. Ja, mach halt ich einen. Achso, okay, komm links! Oh, ich würde echt mal gern... Robben, ich habe die Wheels. Nein! Nicht schleifen! Ich kann das doch gar nicht. Geiles Auto! Soll mal hier links fahren? Oder kurz rechts? Ja, links und dann zum Graffiti. Robin, ich kann kein Kennzeichen schleifen. Ja. Ich habe schon das Kommentar von der Mom gesehen mit der Ducati. Ja. Weißt, was wir auch machen können? Einer fängt mit einem Wort an und dann müssen wir immer von vorne nach hinten weitersagen. was danach passt. Aber was dazu passt. Satzbild. Was? Ein Satzbild. Hallo! Ja, was? Kein Satzbild? Oder wie? Ich verstehe es vor allem nicht, was du sagst. Leon, jeder sagt... Ein Beispiel, Leon. Ja, genau. Penis macht... Was? Penis macht... Süchtig! Süchtig, was? Soll wir jetzt ein Satzbild oder ein Wort sagen? Ja, also Penis macht einen... Ja, oder wir machen das nach den Bildern. Ja, meine Kamera ist nicht mehr so... Ja, dann macht die aus. Ja, die hat aber nicht mehr so viel Strom und ich weiß nicht, ob die danach noch... Ja, dass man das wieder schnell gekoppelt bekommt. Okay, meine GoPro ist aus. Was? Na, bei, bei, bei! you should take your solve... Ohhhh! Ohhhhhhh! Ohh! Ohhhh! 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 Ohhhhhh! Um, ohhh! Vielen Dank.